Warum stehen wir dort, wo wir heute stehen? Also in der Nähe von einem Parkzonenschild. Das hat den Hintergrund, dass heute ein Zusatzantrag von uns durchgegangen ist zum Thema Kurzparkzone. Und zwar geht es in dem Antrag um folgenden Fall. Viele Leute haben kein eigenes Auto, sondern nur einen Leihwagen. Entweder sich von anderen Leuten ausgeliehen, von der Familie ausgeliehen. Das ist eben auch nicht dauerhaft, sondern vielleicht gerade einmal im Winter für einen Monat oder für zwei Monate. Oder eben wirklich nutzen verstärkt Carsharing oder Leihfahrzeuge. Und das Problem zurzeit ist, dass in der Grazer Kurzparkzone, also in der sogenannten blauen Zone, du keine Parkgenehmigung für so ein Fahrzeug kriegst. Und es gibt eben immer mehr Menschen, die einfach Leihfahrzeuge nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten auch für diese Menschen, für diese Leute einfach eine Möglichkeit schaffen, dass die Parkgenehmigung bekommen. Und dieser Zusatzantrag ist heute durchgegangen. Und es sollte bis im September nachher die Abteilung einen Vorschlag liefern, wie das dann abgewickelt werden kann. Wir haben auch einen Antrag, einen dringlichen Antrag zum Staatsschutzgesetz gemacht. Ziel war, dass das aktuelle Vorschlag eben abgelehnt wird und wieder in die Beratungsphase sozusagen zurückkommt. Und dass eben auch bei einer Neugestaltung dann NGOs und kritische Bürgerstimmen gehört werden. Der Antrag ist leider nicht durchgegangen, ist von ÖVP und SPÖ abgelehnt worden mit der Begrünung, dass es zurzeit im Hintergrund eh bereits Verhandlungen gibt zu einer neuen Version. Und dass in der neuen Version bereits viele Kritikpunkte, die wir genannt haben, schon bearbeitet worden sind. Deswegen ist der Antrag leider nicht durchgegangen. Wir haben im vorigen Jahr einen dringlichen Antrag zum TTIP gemacht, dass wir eben diese Verhandlung ablehnen. Und sozusagen in Anlehnung an diesen Antrag vom letzten Jahr haben heute die Grünen die Stop-TTIP-Petition, Stop-TTIP-Teaser, CETA, wo sich schon diverseste Gemeinden dafür ausgesprochen haben als TTIP-freie Gemeinde. Der ist heute im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden, was uns sehr freut, dass gerade eine TTIP-freie Gemeinde ist. Bis zum nächsten Mal.